Ich habe mich mal wieder ran gemacht und habe mir ein eigenes Smartphone gebaut. Es ist das Mobile Check Phone 2. Wie ich das Ganze gemacht habe, das erfahrt ihr jetzt. Also los geht's. Zuallererst eine kleine Frage an euch. Wie gefällt euch das Mobile Check Phone 2? Und eine kleine Info, natürlich alles was ich erwähne, alles was ihr sehen werdet, verlinke ich in der Videobeschreibung, könnt ihr also dort nachkaufen, wenn ihr denn ein solches Projekt ebenfalls machen wollt. Das hier ist das Mobile Check Phone 1. Ihr wisst es war ein Huawei P30 und es war im Stormtrooper Look, das heißt es war schwarz-weiß und somit eher ungewöhnlich, aber mir hat es gefallen. Mir war aber klar, diesmal will ich es Mainstreamiger, deswegen brauche ich ein Smartphone mit einer Alu-Hochglanz-Farbe am Rahmen, also ein Hochglanz-Rahmen und ich wollte diesmal ein OnePlus Smartphone. Also habe ich das OnePlus 8 in Interstellar Claw genommen, jetzt ist es hier weiß, denn diese Farbvariante ist die einzige Farbvariante, die einen solchen Rahmen hat. Aber ihr wisst, Interstellar Claw hat eine Hochglanz-Rückseite, deswegen habe ich eine Rückseite, eine Ersatz-Rückseite der grünen Farbvariante gebraucht, denn die grüne Farbvariante des OnePlus 8 ist die einzige Farbvariante, die eine matte Rückseite hat. Also die Rückseite zur Hand und erstmal die Kameraabdeckung weg und die Aufkleber weg, die Aufkleber behalten, die möglich sind, denn diese kommen später wieder auf die Rückseite. Dann die Farbe weg. Hier dachte ich zuerst, oh nein, ich muss die Scheiße wieder fein säuberlich wegkratzen. Aber nein, mir ist aufgefallen, mit einem Heißluftfön ist es möglich, das Ganze relativ einfach abzuziehen und rückstandslos dann das Ganze zu haben. Aber Achtung, Heißluftfön, das heißt, das Ganze ist heiß, also nimm lieber Handschuhe, das habe ich am Anfang nicht gemacht, aber habe dann gemerkt, es wäre besser, mit Handschuhen zu arbeiten. Haben wir das Ganze dann weg, ist natürlich die Rückseite transparent, aber die alten Logos sind noch da. Diese muss man dann leider mit einem Messer fein säuberlich wegkratzen, so dass keine Rückstände mehr da sind. Danach habe ich meine Logoschablone gebraucht. Ich habe mein Logo aufgezeichnet, habe geschaut, wie sieht es am besten aus, welche Größe es am besten, habe diese dann unter die Rückseite gelegt und habe dann mit einem Alu-Klebeband, denn das ist das einzige Klebeband, was mir eingefallen ist, das dünn ist und an der Klebeseite Silber ist, muss ich dann das Logo fein säuberlich aufkleben, schauen, dass alles akkurat, gerade ist, dass die Kanten glatt sind und habe dann das Logo auf der Rückseite. Danach kann es dann schon an die Lackierung gehen. Hier habe ich die Farbe von Edding genommen, die Spraydosen von Edding, wie auch schon letztes Mal und zwar eine Schicht weiß, eine Schicht weiß, dann eine Schicht schwarz, dann muss man aufpassen, denn hier, wo der Blitz später sitzt, muss man eine kleine Aussparung wegkratzen und dann habe ich noch eine Schicht Klarlack darüber gesetzt. Danach, natürlich, muss die Rückseite des OnePlus 8 weg, das heißt die Farbe Interstellar Claw. Hierzu habe ich 120 Grad etwa drei Minuten auf die Rückseite gehalten und dann mit einem Saugnapf das Ganze angehoben und mit etwas dünnem, stabilem eingestochen und den ganzen Kleber außenrum entfernt. Rückseite weg und auch hier natürlich Kameraabdeckung weg, denn diese kommt dann in die neue Rückseite, dort eingeklebt. Dann natürlich das Smartphone von allen Kleberesten entfernt, dass das Ganze schön sauber ist. Dann mit einem B7000 Kleber das Ganze außenrum gelegt und die Rückseite wieder aufgeklebt. Um das Ganze trocknen zu lassen, natürlich mit ein paar Haken oder mit ein paar Schraubstücken oder wie auch immer könnt ihr machen, wie ihr wollt, das Ganze in Position gehalten. 48 Stunden lang, denn so lange braucht der Kleber, um absolut auszuhärten und dann war das Ganze auch schon fertig. Aufgepasst an dieser Stelle, ich habe zuerst einen Klarlack von Dunlop, glaube ich, genommen. Ich verlinke das unten, wie gesagt, dann seht ihr, welchen Klarlack ich meine. Ich schreibe es nochmal in die Beschreibung, dann seht ihr, welchen Klarlack ich meine. Dieser hat mit dem Kleber reagiert beim ersten Versuch und dann überall, wo der Kleber war, hässliche Rückstände verursacht. Also nehmt lieber den Klarlack von Edding, falls ihr das Ganze nachmachen wollt. Nun, nach dem ganzen Projekt muss ich sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Smartphone, wie es jetzt aussieht. Ich muss gerade mal oben auf meinem Monitor schauen, ob das Ganze auch gut drauf ist. Mir gefällt das Ganze. Es ist ein OnePlus Smartphone, wie ich es gewollt habe. Es ist mattweiß mit einem silbernen Rahmen und ja, ich bin voll zufrieden. Mir gefällt es. Wie gefällt es euch? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr auch Fragen dazu habt, alles in die Kommentare. Ich beantworte diese gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bei MobileCheck und Tschüss!